Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es keine weitere Squad Building Challenge, es ist Freitag, EA hat heute leider nichts weiter rausgehauen, ich bin mal gespannt ob da noch SBCs kommen, ja und deshalb heute nur ein kleines Feindlings-Info-Video und zwar geht es heute um den 10. Tokenspieler im Monat August und der ist verfügbar in den Wochenaufgaben, das schauen wir uns alles gleich im Detail an, jetzt sind wir hier gerade bei den Rewards von Info-Tauchstills und da lasst mich doch gerne wissen, auf welche Rewards ihr diesen Monat geht, geht ihr zum Beispiel aufs Prime-Icon-Pack, geht ihr auf Paulson, geht ihr auf Fabinho, holt ihr euch das Prime-Icon-Pack und Thibaut Quartat zusammen, denn es gibt ja wieder diesen Monat insgesamt 14 Tokenspieler, die Frage kommt auch immer oft, also wenn ihr merkt, okay mir fehlt ja ein anderer Tokenspieler sogar noch, es kommen noch vier weitere und das über die nächsten zwei Wochen verteilt, ihr seht ja wie gesagt 14 Tage ist das Ganze verbleibend, bevor das Video aber so richtig los geht, dann stellt doch gerne schon mal den Like-Button, wenn euch die Infovideos gefallen, 200 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus, wäre nice, wenn wir so schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen könnten, ja und wenn ihr als PCs interessiert seid, dann natürlich auch in FIFA 20, dann lasst doch gerne ein Abo da, Road to 30k lebt und ja, gerne auch die Glocke aktivieren, falls ihr noch alle anderen Tokenspieler einsammeln wollt, denn dann kommt immer ein kleines Fein ins Infovideo von mir und so verpasst ihr auch keine weiteren Tokenspieler und ja, wie ihr es von mir quasi gewohnt seid, also Glocke aktivieren, kann auf jeden Fall nicht schaden, bleibt aktiv und ja, ich habe schon eben gesagt, es ist Freitag, ist leider keine weitere SPC rausgehauen worden von EA, das ist so ein bisschen schade, wenn wir hier aufs Live-Segment gehen, haben wir jetzt für 23 Stunden die Griezmann noch am Start, Lucas Torreira für zwei weitere Tage, Husem Aua, den wir schon abgeschlossen haben, genauso wie Sterling und dann von gestern auch die Top-Partien, die sind natürlich eine Woche verfügbar, leider heute keine weitere SPC rausgehauen, auch keine weitere Promo, ich bin gespannt, ob da jetzt, ja, FIFA 19 noch was kommt, nächste Woche ist zum Beispiel die Gamescom und ja, insofern FIFA 20 steht auf jeden Fall in den Startlöchern, würde ich fast schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Zeichen von EA und jetzt die Frage an euch, für die, die es schauen, lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr an Content jetzt von mir die letzten Wochen sehen wollt, was FIFA 19 angeht, die nächsten Wochen, was soll ich dafür Content produzieren, wir können gerne mal in die Kommentare gemeinsam diskutieren, ich habe die ein oder anderen Ideen, habe ich auch schon selbst mit Armin zusammen überlegt, ich bin mir selbst aber noch nicht so sicher, insofern, falls ihr Ideen habt, was ihr sehen wollt, ob es wieder Draft sein sollen oder irgendwas anderes, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam überlegen und ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass ich die Ideen dann annehme, aber wie gesagt, ich kann sie auf jeden Fall dann lesen und überlegt mir dann auch selber, okay, ob ich das halt mache oder nicht, also lasst uns gemeinsam in den Kommentaren deshalb diskutieren und, beziehungsweise darüber diskutieren und ja, wie gesagt, Fotosstils, lasst mich gerne auch wissen, ob ihr da Interesse dran habt oder ob ihr sagt, okay, FIFA 19 ist jetzt eh vorbei, habe ich dezent überhaupt gar keine Lust mehr drauf, aber es soll trotzdem um den Token-Spiel AG und deshalb hoffe ich einfach, dass es euch gefällt, dass ihr trotzdem weiterhin die Infovideos bringen und da gehen wir direkt mal zu den Wochenaufgaben, da haben wir natürlich jetzt neue am Start, einmal den Abwehrkönner, erziehe in Squad Battles fünf Tore, Kopfballtore mit Verteidigern, mit einem Verteidiger, okay, okay, fünf Kopfballtore in Squad Battles kann man auf jeden Fall hinkriegen, Mindestschuldigkeit ist Profi, aber das Einzige, was uns hier eigentlich interessiert sind, die Tauschstilspieler und dem Tauschstilspieler, ich weiß nicht genau, wer das genau ist, den bekommen wir auf jeden Fall für folgende Aufgabe und zwar heißt es da, erziele diese Woche in Rivals zwölf Tore mit Engländern, ja und daher erhalten wir dann diesen einen für Tauschstilspieler, also kann auf jeden Fall eine Qual sein, zwölf Tore mit Engländern in Rivals, das könnte auf jeden Fall kritisch werden, lasst mich da gerne mal wissen, welchen Engländer ihr nehmt und ob ihr das eher simpel seht, ich kann mich da zum Beispiel an Crouch erinnern, der ja diese End-of-Error-Karte bekommen hat, insofern, ja, kann man auf jeden Fall machen, aber will man jetzt noch in Rivals da irgendwie brutal das Ganze machen, ich weiß es nicht, ja und dann haben wir wieder Komplettpaket, wir bekommen einen Draft-Token, wie wir hier sehen können, gewinnen diese Woche drei Rivals-Partien, dann haben wir die Silber-Challenge, Schnitt-Fan, Komplettpaket, Abwehrkönung, Barcelona, Bilbao, ja, lasst mich da gerne wissen, auf welche Wochenaufgaben ihr da gehen wollt oder wollt ihr wieder alles machen, auf jeden Fall das hier, der zehnte Token-Spieler und da muss man, wie gesagt, in Rivals zwölf Tore mit Engländer machen, wie gesagt, welcher das genau ist, weiß ich nicht, wenn wir kurz mal in die Übersicht gehen, die wir ja, wie gesagt, schon kennen, kann ich euch nur eins sagen und zwar ist es einer von denen und zwar haben wir jetzt hier alle Token-Spieler nochmal am Start, Jakobsen war der Letzte, da war eine SBC draußen, die ist nicht mehr verfügbar, das war der neunte Token-Spieler und der zehnte ist entweder dieser Chair, es ist entweder Klinsmann, es ist Vollard oder es ist einer von den beiden hier oben, Hawkins oder vielleicht Odon, also das weiß noch nicht genau, wer es ist, falls ihr die Wochenaufgabe schon abgeschlossen habt, dann lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welcher es ist, da kann ich den hier an zehnte Stellen hinzufügen und dann, wie gesagt, folgen noch vier weitere. Ja und insofern war es das tatsächlich heute schon für diesen Freitag, ich bin gespannt, ob morgen noch irgendwas kommt, falls nicht, müsste ich irgendwas vorproduzieren für euch, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr da irgendeinen Wunsch habt, was ihr vielleicht sehen wollt an Content, die nächste Zeit bis FIFA 20 dann rauskommt von meiner Seite aus und ja, von meiner Seite aus soll es das jetzt dann auch gewesen sein. Foottaus stehlt, ich hoffe, es konnte euch helfen, auch im Laufenden halten, sagt euren Freunden Bescheid, dass der zehnte Token-Spieler jetzt in den Wochenaufgaben ist und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder bei einer weiteren Squad-Building-Challenge oder bei irgendwas anderem hier auf Archie Gaming. Insofern haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Tschau Leute!